hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde gta 5 online hier bei dem matchmodus deadline mit dabei sind jannik und steven genau ich hatte gerade gleich einen namenhänger sorry dafür wir kennen uns noch nicht so lang ja das ist ich bin jetzt gerade auch nur zu dritt hier ich bin orange ich will orange sein ich mag orange nicht ich will lieber grün sein na gut lassen wir die hübs mal wieder stinken hoffen dass es besser läuft als in der letzten folge ach die map ist hässlich ok wieder hier super start hingelegt hast du andere typ jetzt noch nicht beigetreten hier nein nein wir sind nur zu dritt musst du nur zwei knubs kaputt machen ja ist klar jannik was sollte das werden wenn es fertig wurde ich weiß es nicht ich wollte irgendwas versuchen lol ach das problem ist wenn du an der steinwand hängst dann hast du verloren hast hast du verloren das ist wie so ein lamm auf der schlachtbank machst du ja nichts das da war das war knapp Da hat der seinen fucking boost alter, leckt mich am Sack ey. Was ich komm vorbei. So. Easy entkommen hier. Ich spawner direkt von eurem Steven springt direkt drauf an. Ja ich komm vorbei. Ja der will doch unbedingt alter. Ich brauche das. Weißt du Vampire brauchen Beloot und er braucht halt was anderes. Was passiert eigentlich wenn man in den Feuerring springt? Probier's doch. Nein. Wie konntest du da gerade nicht verrecken? Das sah jetzt nice aus. Ein nicees Kill. Oh ja wahrscheinlich. Alter guck mal was da steht. Alter du dominierst Jabui 96. Alter ich bin richtig der Dominator. Der Dominator. Der Dominator. Der Dominator. Der Dominator. Ja ja. Der Dominator. Ja ja. Der Dumme. Ich hab auch nie lesen und schreiben gelernt ne. Alter Leute man kann auch hoch. What the fuck. Meinst du obendrauf rum fahren oder was? Ja. Okay. Oh nicht schlecht. Mal ausprobieren. Nein ich flieg wieder aus dem Gebiet. Wie bist du jetzt verreckt? Ich bin so ewig. Ja das ist ja nichts neues aber beantworte mir die Frage. Ja ich bin in meine eigene Line gefahren. Deine eigene Line? Ich zieh eine Line. Ich zieh eine Koks Line Junge. Oh das war jetzt Asi. Ich hab den Booster in dem Moment kompliziert Lufe ey. Kann mein Typ mal bitte runter fahren? What the fuck? Nein nein nein. Was macht ihr denn da? Wie hab ich dich denn gekillt? Ich bin so runter gesprungen. Und dann auf einmal. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ach mann. Also ich zeig gerade gar nichts mehr hier. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Was? Na ja. Ne. Kein Bock auf Stallwand. Jetzt dreht der ab weil er Angst hat. Loil. Oh Gott. Ich hab nur so einen hässlichen Bunnyhop. Der ist hier richtig useless. Wie? Useless. Ich bin auf dir gelandet du musst. Du hast doch Glück ne? Skill. Immer noch. Nein. Nein. Der ging voll in die Fresse. Wie so ein ordentlicher Kampschott. Damit kennst du dich aus mit Kampschotts in die Fresse. Dann geb ich deiner Mutter immer. Alles klar. Das Video wird schon mal ab 18. Sehr gut. Boah. Dürft ihr natürlich höchstes Niveau erwarten. Ja klar. Jetzt hab ich dich. Du kleine Hand. Ich glaub's nicht. Da kommt der raus. Da kommt der halt echt raus. Ich hab das gesehen. Das war so unverdient von dir. Ich glaub's nicht. Nein. Das war verdient einfach weil's einfach Skill war. Leute. Ihr müsst die Kurven richtig zu machen. Komm mal wo ist hier jetzt? Einer. Einer. Ich will ja. Ach, Rachebeer. Was ist denn los mit dir? 50% zusätzliche RP. Herr Püffe ist. Oh. Da hat grad die Lenkung blockiert. Ja, ja, ja. Aber wir haben alle nur ein Leben. Das ist nice. Oh Gott. Wird das spannend. Ja. Ich fühl mich so nackig ohne meinen Boost. Ich habe jetzt eventuell so ein leichtes Problem, einfach mal kurz stellen. Okay, jetzt wird es spannend, jetzt wird es sehr spannend. Am Zag, das ist noch die erste Runde, what the fuck, Alter. Aber wir halt alle pros sind. Ja, das ist dumme. Du, ich hasse das. Ey, ohne Witz, ey. Kickt der mich da raus. Oh nein, scheiße. Ja, da hat der Wenderadius nicht gepasst, scheiße. Aber spannend jetzt, muss ich sagen, war ganz cool. Ach ja, nur weil ich einen Gang runtergeschaltet habe. Du bist letzter, nice. Ja, aber wer ist denn das, hatten wir gerade so erst ausgeschieden? Ja, aber irgendwie bist du trotzdem letzter. Ja, wahrscheinlich weil ich weniger kills gemacht habe. Ja. Weil ihr ja auch immer alle Selbstmorden macht, wenn ich versuche euch zu killen. Das stimmt. Gönnen wir die halt auch einfach nicht. Weil ihr gerade Kacknobel seid. Nein, 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 nein. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja ein Skandal. Geht doch nicht. Na ja, momentan sitzen die Boost Starts aber hier, ey. Woah. Das war, das war heftig, ey. Irgendwie meine Tiefen waren im Stuttgart momentan so gar nicht mehr, das hat man jetzt vorhin schon geklärt, liegt am Zahn, der fehlt. Ja, 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 der verwirrt dich, geistert. Ja, ja, das bin ich sowieso. Ja, das, ja. Nicht nur du. Wir alle, wir alle, wir alle! Alter! Gernbehindert? Kennt ihr das nicht? Spongebob. Oh Gott, das kommt ja damit wieder an hier. Ja, Steven ist im Kopf noch 10 Jahre alt. Oh Gott. Auf seinem gefälschten Perso auch. Ja. Stell dir mal vor, du machst dich extra jünger. Du hast ausgegeben. Ja dann ist es nicht so schlimm, wenn du die Kinder in den Truck lockst. Wir虎 actually% an die Wand rumgeklitschen nicht. Ich hab nur noch seine Linie da gesehen, ich hab mich gefreut, dass jemand in der Linie gejumpft wird. Ach wie er einfach nicht stirbt. Ich wusste, dass das schief geht. Ich hab Angst bekommen. Ja, ich hab's gemerkt. Oh Gott, ich bin so dumm. Sehr gut. Komm, zwei, zwei, zwei Minuten, sieben, vierzehn. Lustig hab ich noch, da kann ich noch was reißen hier. Oh shit. Das war lustig. Nach wem muss man denn gehen, damit's hier noch spannend wird? Gar nicht. Ja. Wo ist der Boy? Nein. Haben sie wieder einfach nur aller hart Luck hier. Wie er da wieder Luck hat. Wie er da wieder richtig Luck hat. So nicht, mein Freund, so nicht. Ja. Da ist er halt rüber gehüpft. Das war knapp. Schade. Nein. Okay. LOL. Dieser D-Sink. Du bist mit mir grad volles Brett durch die Linie gefahren. Oh, da kriegt er Schiss. Da kriegt er Schiss. Da kriegt er Schiss. Ah, das war jetzt nicht so clever. Ah, Mist. Oh Gott. Ich steckle wieder einen Heldentot. Juuu. Nein. Der hat immer noch 4 Leben, Alter. Und es sind nur noch 40 Sekunden. Deswegen. Ja, deswegen spielt er jetzt Pussy like und geht safe. Ja. Ja. Und? Ne. Ja. Und. Das sind hier so die richtigen Kackens. Da liegt so, dass ich mich auch mache. So hat er halt auch mal ne Chance zu gewinnen. Ja, hast recht. Komm Steven hier. Nice. Geil. Wie lang Dome verliert, ist mir alles egal. Ja, okay. Das stimmt wohl. Nur weil der einmal besser seit als ich. Ey, es geht mir einfach um die Sprüche. So. Ja. Dome ist auch noch in letzter Sekunde gestorben. Ja. Ja, besser. Wendet mein last kill nochmal. Ich hab mir gedacht, so komm, wir ändern was richtig und sterben komplett. So. Zeit da ein, spiel mal besser als ich. Ne, wer das dort sehen wird, die meisten Games von allen gewinnt hier. Ja, aha. Ist nur ne Runde, ne? Eine Runde gibt's ne, ne? Kann auch noch zwei Runden geben. Du hast ja noch gar nicht gewonnen. Du musst ja auch noch drauf packen. Ha, ha, ha. And fly cold water to the burning area. Ja. So, mit wem battle ich mich denn hier? Mit mir. Ja. Oh Gott, dann war ich auch so. Traut er sich gar nicht erst. Ja, weil du eh immer diese krassen Shards dahin bekommst. Das schaff ich gar nicht. Ja, auch so sein, dass ich grad in der Runde grad mal nicht hingekriegt. Oh, nice. Hauptsache, du kleiner Fake-Pirassi, man lebt das noch! Bist du nur so. Dann dreht er ab, gleich, ne? Dann dreht er ab. Boah. Boah, Junge. Boah, Scheiße. Das konnte ich nicht einschätzen. Fuck it. Ja, einen Boost kann keiner einschätzen. Ah, du hattest einen Boost. Okay, gut. Nein! Oh mein Gott. Das sagt alles. Bist du da drüber gekommen? Ja, ich bin kurz oben drauf gefahren. Hab gefahren, du bist weg, bist du wieder runter. Ja, nice. Neh, mal den Schwanz einziehen. Ich bin safe, Junge. Was ist denn los mit dir? Soll ich einfach deine Dinger reinfahren oder was? Ja. Was ist denn das für eine neue Aussage? Wie soll ich den Schwanz einziehen? Du machst das genauso, Alter. Geht dich am eskalieren. Da muss ich grad noch ein bisschen eskalieren. Wie nur den Schwanz einziehen. Triggert. Ja, ist so, ey. Wirklich. Nein! Wie er den Schwanz einzieht. Ne, hab ich nicht. Guck. Ja. Nicht immer erst die Fresse aufreißen. Warte mal, um rumzuweinen. Ich weine ja nicht. Wir duellieren uns nur. Man muss doch alles hier ein bisschen spannend machen. So, hier. Friede, Freude, Eierkuchen stimmt nicht. Jeder will hier einfach gewinnen. Hier. Wirklich. Nur nicht. Stimmst du diese positive Stimmung in diesen Matches nicht? Nur nicht jeder kann gewinnen. Das ist halt ein bisschen hart. Ja, genau. Wie bei dir zum Beispiel. Ja, wie gesagt. Das ist... Ich will auch immer gewinnen lassen. Ihr sollt ja auch mal sehen, wie das aussieht. Wenn so dieser... Oh! Wer hat... Wer hat die Zeitlupe gezündet? Was war das? Weiß, Alter. Er hat einfach seinen Tod richtig ins Auge geguckt. Oh! Der war richtig geil, Alter. Das war eigentlich gut gewesen. Oh! Wie soll ich jetzt mal auf dich gehen, du kleiner Pasta? Der kriegt mir jetzt mal so richtig harte Nippel bei. Okay. Okay. Und wenn einem sowas aufgeilt? Ja, dich zu dominieren macht einen immer geil, ey. Du zum Beispiel. Hast du den Fuß eingefekt oder was? Ja. Ich habe mir gedacht, ich hole euch beide deswegen. Alter, der darf nicht gewinnen, sonst hat er wieder eine große Fresse. Da habe ich das sowieso. Da muss man ja seinen kleinen Schwanz ausgleichen können. Ich meine, brauche ich keine Lupe. Nein! Diese Drecks kann da nicht. Ja, ja, ja. Und dann immer auf die Inkompetenz von anderen schieben, ne? Ja, wie zum Beispiel du. Wegen deiner Inkompetenz bin ich gestorben. Ja, das ist klar. Du warst einfach so geflasht von meinem Skill, dass du nicht mehr ausweichen konntest. Achso. Er fährt einfach nach rechts weg. War nicht mal anleert gefährlich als ich nach rechts. Was mache ich, Alter? Du hast gewonnen. Also gegen ihn. Achso, okay. Ich war komplett ausweichen. Ich war fast beim Flughafenkrall, wenn ich so weit geflogen bin. Dann, wo soll's denn hingehen? Nein, war einfach... Oh Gott. Schon, ja. Danke. Guck mal. Oh, du Lupe, ey. Ach komm. Da gibt dann wieder keine Up-Stack. Man stirbt selber dabei. Hat viel Leben und spielt wie ne Pussy, ey. Wo spiel ich denn wie ne Pussy? Ich war die ganze Zeit neben dir. Und dann hab ich halt nach Funfass weggesnackt. Weil er dachte, er kann bei den Profis mitspielen. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Da ist jetzt nicht... LoL. Da hatte ich grad keine Kontrolle mehr. Ey. Wisst ihr was? Ich mute mich. Ich hör dich jetzt nicht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, schön für dich. Warum? Weil ich's kann. Alter, das... Oh... Ich hab mich gewinnen lassen. Ganz einfach. Ne, Steven? Ja. Ja. Schnell absprechen. Ja, 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 ja. Schnell um die Inkompetenz zu verstecken. Was war das jetzt? Das war so ein heuchlerisches Rauspusten. Ach, schon wieder schon verkackt. Kannst du eigentlich... Wer ist da vor mir? Hast du ihn bekommen oder ich? Ich hab ihn, okay. Du hast ihn, ja. Lackfresse. Ne, Skill. Immer noch. Oh. Oh. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war einfach nur extrem dämlich. Ja, weil du da eingekesselt warst. Einmal Stevens Spur. Einmal meine Spur. Ich wär theoretisch trotzdem rausgekommen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich dachte einer von euch zu zweit da oben und den wollte ich eigentlich holen. Und irgendwie war das nichts. Hm. Genauso wie es der Steven da jetzt gemacht hat. Skill. Ja, ausnahmsweise mal. Oh yeah. Kommt das Motorrad angeflogen, what the fuck. Stell dir immer vor, dass du bockst dich irgendwie und fliegst in deine eigene Spur rein oder so. Ja, aber ich glaube, es kann dich ziemlich mies plakieren und dann stirbst du einfach selber, weil du dich halt im Prinzip nicht bewegst. Ja, ja. So meine ich ja. Wie halt auch alle grad auf eine Stelle gegangen sind. Ja, auf mich nämlich. Ich hatte Dominic im Visier, aber. Das werd ich dann auch sagen. Ja, das hat Steven im Visier, natürlich. Gegen dich ist ja keine Herausforderung. Ah, Dome, ey. Ich dachte, man, die Pommes ist zu salty, ey. Ja, ich glaub, die Pommes ist aber nicht zu salty. Nein! Steven, wenigstens zusammen. Du auch? Ja. Die ist halt einfach so schlecht, ey. Die Schnauze. Ich hab da die Zeitlupe eingesammelt. Oh, da trete er ab. Ja, weil ich mit dem Fuß vollen will, du Lappi. Ja, ohne kannst du nicht gewinnen, ne? Nein! Nice. Schön in der Zeitlupe. Ich hab gedacht, dass er das schafft, aber okay. Schauen wir uns doch mal. Diese Rampen, diese Rampen in der Zeitlupe, äh, in Vogelperspektive fahren ist richtig creepy. Also diese Stallwand. Ja, stimmt. Den auch noch? Ach, schau. Ben, träumen. Erlaubst du, ich spawnen genau in der Zeitlupe drinnen. Was? Ich bin gesprungen, alter. Dieser Stallmanio ist einfach der größte Schrott. Der müsste halt ein bisschen höher springen. Ja, ist so. Das geht gar nicht, ey. Weil du keine Skill habt. Halt's Maul, alter. Ohne Witz. Weißt du, der Dom ist so einer, der sich übel aufregt, wenn man mit ihm zusammenspielt in den Chat easy oder so schreibt, aber die ganze Zeit hier wirklich, der, der, der hat keinen Salzstreuer mehr, der hat hier, was weiß ich, was der da hat. Ich hab ne Salzlake. Er, er ist Kali und Salz. Ja. Wirklich. Er hat so riesigen Salzberg vor seiner Haustür. Ach komm. Du hast dich grad in Kontrolle weggeschmissen. Vielleicht. Ist halt echt spannend, ne? Letzte Runde. Wir kreisen uns grad nur an der Hund. Komm, Team. Eins gegen eins. Da dreht der einfach ab, weißt du. Wirklich so. Du Nubbel. Naja, naja. Na komm, komm. Na. Oh. Oh, nice. Hast du auch nen Boost? Ja. Verdammt. Na komm, komm. Na komm, komm. Los. Komm, Team. Steven scheidet schon mal aus, oder? Ja. Wenn die Zeit abgelaufen ist. Es sei denn, einer von uns beiden stirbt jetzt noch. Oh, das wär natürlich kritisch. Das wär richtig kritisch. Alle auf Dome. Ja. Ja. Na. Wie er sich frei wie so'n kleiner Pirat. Na. Oh, der war jetzt. Das hab ich nicht. Oh, der hab ich. Da hab ich nicht auf dir geguckt. Da wird. Oh, ihr Fotzen, Alter. Der wird Janik wieder richtig geil, ey. 30 Sekunden. Scheiße. Schaffen wir nicht. Komm, gönn's dem Janik da auch mal. Einfach Boss. Die erste Runde, die er gewinnt. Bosslike. Gönn's dem mal. Jetzt haben wir ja erst eine gespielt. Das war jetzt die zweite. Fotzen, Alter. Ausrat der Aufnahme. 30.000. Loll. 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 Ey, das ist für euch, Alter. Das ist für meine Hater. Was war da eigentlich so lustig am Okay? Ist okay. Gut. Mit diesen lächerlichen Gelächter verabschieden wir uns. Ja. Ja, haut rein. Ja. 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 Ja.